Das ist Bacon Nostra. What up? What up? Wir hatten einen Traum von leckerem Bacon, blutigem Mafia-Krieg, knallend, mit der Schuljahr-Sommerferien und vor allem auch Freunde ausnutzen müssten und eigentlich noch mal was drehen sollten. Und indem wir all unsere Mitschüler am Ende von Sex vorkommen lassen können, weil nach dem Abi gehen ja bekanntlich alle Leute nach Neuseeland. Wir schrieben also Bacon Nostra. Denn wir hatten einen Traum, einen Traum von leckerem Bacon, blutigem Mafia-Krieg, knallend, grellen Effekten und Blut, viel, unschuldig, vergossenes Blut. Wir schrieben also ein Drehbuch über Bacon und Drogen und Gewalt, weil unsere Filme irgendwie immer mit Essen und Gewalt zu tun haben. Die Ursprungsidee mit der ganzen Drogen-Bacon-Geschichte kam von einem Anti-Drogen-Spot aus den 80ern von der Partnership for Drug-Free America, in dem man sieht, wie ein Ei in eine Pfanne geworfen wird praktisch, ein Spiegelei gemacht wird und das Ganze halt Heroin-Bla zeigen sollte. Und wir dachten uns, hm, Frühstück, Spiegelei, Bacon. Und so kamen wir zu der ganzen Idee. Dieser Spot, auf dem das Ganze beruht, kommt tatsächlich auch in einer parodierten Fassung im Film vor. Und, ähm, das war eine der ersten Dinge, die wir gedreht haben. Yeah! Wir begannen Werbeplakate zu designen, einmal um uns auf das ganze Thema besser vorzubereiten. Außerdem, äh, spielten diese Plakate ja auch eine Rolle und machten diese ganze, äh, Fast-Food-Bacon-Kette authentischer, wenn man da richtig Werbung für hat. Für diesen Plakat hat uns auch Valerians Freundin, die eine hochtalentierte Illustratorin ist, äh, ein KFC-Logo in ein KFP-Logo umgebaut. Ja, nachdem wir dann ein paar Leute gefragt hatten, wer macht mit, hat Valerian dann angefangen, das Ganze zu organisieren und uns Termine zu suchen. Ja, auf jeden Fall, äh, habe ich angefangen, ein paar Listen anzufertigen und die Leute gefragt, ey, wann kannst du eigentlich nisch und wann kannst du eigentlich nisch? Und, äh, nachdem wir das herausgefunden haben, haben wir ein paar hochprofessionelle Tabellen angestellt, anhand derer man erkennen konnte, äh, was wir an welchem Tag drehen konnten, denn wir hatten ja die verschiedensten Leute für die verschiedensten Rollen eingeplant. Ursprünglich war das Projekt ohne Hannes geplant, denn der hatte in der Zeit eine Klausurenphase und, äh, mit dem Studium viel zu tun. Der erste Drehtag war der Junkie-Drehtag, dort drehten wir eine Junkie-Szene und das Ganze war ziemlich kompliziert, weil wir erst überlegten, wo wir drehen, als wir uns eigentlich schon mit den Schauspielern treffen wollten. Denn, äh, ursprünglich wollten wir sie an einem Bahnhof drehen, weil wir wollten halt, dass das irgendwie so ein bisschen, ne, Junkie-mäßig aussieht. Es endete dann damit, dass wir sie auf Hinweis, unsere Schulhausmeisters, vielen Dank, ähm, sie, endeten damit, das dann hinter der, äh, Schulturnhalle zu drehen, äh, die dafür auch, glaube ich, ziemlich geeignet war. In der Zeit war es allerdings schon komplett Nacht geworden, eigentlich wollten wir in der Dämmung drehen. Es war viel zu dunkel, wir konnten uns nur mit einem Bauscheinwerfer, den wir in der Schule noch gefunden hatten, die gerade da renoviert haben, aushelfen. Aber das Ganze war einfach nicht so das Wahre. Am Ende konnten wir die Szene nicht benutzen und drehten sie dann eine Woche später nochmal neu. Und hältst sie dann so ins Bild und führst sie dann zum Arm, ja? Ja. Verstanden? Alles in einer schnellen Bewegung. Ja, genau. Okay, und du? Konzentration? Ja. Du bist fast high. Okay, stopp. Und wir merkten, Hannes fehlt einfach als Kameramann, denn organisieren, Regie führen, überlegen, zu zweit ist einfach echt kompliziert. Vor allen Dingen, weil es unser Projekt mit den bisher meisten Schauspielern bei uns war. Wir zwangen ihn also dazu mitzumachen und so kamen wir zum nächsten Drehtag, nämlich bei meinem Opa im Keller. Und Hannes war endlich wieder bei uns. Yay. Im Keller sah es aber so Großelternkellerig, deswegen hieß es erstmal umräumen, aber als das dann geschafft war, ging es so richtig ab. Wir hatten übrigens nicht die Idee, Apfelsaft oder so statt Whisky zu benutzen, deshalb wurde da tatsächlich Alkohol konsumiert. Und deshalb mussten wir den einen Take auch mehrfach mit einer Rolle Gaffa-Tape proben. Entschuldigt bitte die Störung. Ähm, nochmal. Sorry, ich fasse mich kurz. Fasse mich kurz, ja. Hey, sorry. Boah, ey, mein Arm schlicht. Nein. Ich hab mir die Teller ungefähr dreimal gedreht. Ist doch ein Zeck bis dahin. Lass dich aufhören. Balle, Balle, Balle. Oh, Mann, du hast alles kaputt gemacht. Am Folgetag war dann Case, also mein Büro dran. Das sollte aber ursprünglich gar kein Büro sein. Wir wollten das eigentlich in einem richtigen Burger-Restaurant drehen. Aber irgendwie wollten alle Unternehmen, denen wir schrieben, nicht, dass wir in ihr Lokal kommen und uns ein bisschen rumballern und ein paar Sachen explodieren lassen. Und deswegen einigten wir uns stattdessen auf den Konferenzraum der Stadtreinigung Hamburg. Da saß Valerian da an, schrieb politische und korrekte Dinge durch ein eher gemäßigtes Arbeitsumfeld. Leute sprangen über die Tische. Trotzdem kam die PR-Abteilung tatsächlich vorbei, schossen ein paar hippe Fotos von uns bei der Arbeit. Jetzt zeigen wir euch von diesem ersten Mal einen Ausschnitt. Fuck, was soll es heißen Bestand, was? Seba! Es interessiert mich einen verfügten Scheit-Track, was die Mega-Kollegen da unten machen. Nicht die, ich hab's nicht. Fuck, was soll es heißen Bestand, was? Konrad musste lachen. Kein Partner, der zwischendurch aufgestanden hatte. Ich hätte fast laut losgelassen. Man, nicht man, sagen von vorne. Und wenn Seba lacht, kann ich mich nicht konzentrieren. Was meinen Sie für wühre, dass B in meinem Namen steht? Nicht in meinem Namen. Sollen Sie doch, und gleichzeitig doch die Japsen vor den Fischhilfe. Irgendwie fehlte ein Satz in meinem Text. Of course, jetzt bin ich zu weit im Englischen drin. Becken hier auf, ich will jetzt meinen Anglern gehören. Bitte sag mir, dass das gut war. Das war ein super Drehtag, der allerdings auch Zeit begrenzt war, aber es hat alles geklappt. Nur am Ende mussten wir schnell abbauen. Was versteht ihr? Ist ein Zeitraffer eingeblendet. Am spannendsten war für uns allerdings der geplante letzte Drehtag. Das Ganze haben wir nämlich gedreht auf einem Containerreparaturplatz am Hamburger Hafen, der am Wochenende einfach begehbar ist. Wir kamen also einfach aufs Gelände und so fuhren wir da frühmorgens mit meinem Vater hin. Wir räumten alles, was wir so hatten an Waffen, Leitern, Fake-Blut, vorbereitete Boxen mit Bacon. In einem der offenen Container, das war dann unsere Basis. So einen Container will ich eigentlich, den wir mal so mit uns herziehen können. Abgesehen davon, dass es der längste Drehtag war, hatten wir auch das Problem, dass wir plötzlich, während wir am Containerlager treten, von Security Leuten angesprochen wurden, wir sollen doch mal das Gelände verlassen. Dementsprechend haben wir unsere Sachen gepackt und sie versteckt und weitergedreht. Äh, das Gelände verlassen. Ich hab Bacon von der Straße gefressen. Das war geil. An dem Tag war außerdem die für uns spannendste Szene. Die Drehung um diesen Wachmann rum, die hatten wir auch von Anfang an so geplant. Und das Ganze funktionierte so, dass Hannes mit der Kamera um mich als Wachmann rumlief und die Schauspieler immer hinter ihm blieben und erst stehen blieben, wenn sie an der Reihe waren. Und das Ganze sah dann ungefähr so aus. Hey, hey, sie können doch nicht einfach reingehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Losgelle St Da ist niemand, ich kann doch mal entschieden, es ist total ziemlich groß. Ich will nicht so zimperlich sein, aber kann ich vielleicht ein neues Stück? Was machen sie hier? Oh fuck, der scheiß amerikanische Akzent. Selber hör mal auf, dir die Reha war zu stören. Wir hatten sowieso schon während des Drehbuchschreibens und vor allem auch während der Drehtage noch ständig an der Story ein bisschen drehen und schieben müssen, weil immer wieder Schauspieler nicht konnten und absagten. Oder wir einfach zu wenig Schauspieler für die vielen Rollen hatten, die eigentlich geplant waren. Deswegen gab es doch ein oder zwei Mehrfachbesetzungen, die euch jetzt, wo wir es sagen, vielleicht sogar auffallen. Und dann waren wir fertig. Ein Jahr später, nachdem wir dann schon die meisten Effekte und Sounds und Schnitt und so weiter ein bisschen gemacht hatten. Was haben wir denn? Den 20.11.2012. 2012. Heißt grob ein Jahr bis zur Veröffentlichung. Ja, geschätzt. Fiel uns schon auf, dass wir wohl doch auf jeden Fall nachdrehen müssen, denn die Story ergab so einfach zu wenig Sinn. Wir hatten alles Wichtige gedreht, hatten uns sogar so eine kleine Storyboardliste gemacht, wo wir abhackten, was wir machen müssen. Was am Ende allerdings fehlte, waren einfach so das, was zwischen den Aktionen passiert und das mussten wir nachdenken. Also man möchte ja auch ein bisschen Füllmaterial. Wie in einem Teddy. Der ist auch gefüllt. Vor einigen Wochen haben wir uns dann überlegt, dass es doch auch cool wäre für ein so professionelles und wichtiges Unternehmen wie KFB. Ein paar Wärmespots zu drehen. Unsere Bacon Snack Box für nur 4,55. KFB. Achtung, Haarspray, sagen Sie sonst unheimlich. Mit KFB habe ich meine verlorene Schwester wiedergefunden. Und so, Haar, du bist beide wieder so flauschig. Danke, KFB. Ja, das Ganze war auch dazu da, diese ganze Fast-Food-Kette, aber Nebenwirkungen, Geschichte mit dem Bacon ein bisschen genauer zu erklären. Warum hat das eigentlich alles so lange gedauert? Weil du Arschloch niemals... Ich, bitte, hallo, du hast dir doch einfach die ganze Zeit Zeit gelassen mit deinen Scheute-Fekten und immer wieder all... Ich muss Abitur machen, du! Das war der erste Teil des Behind-the-Scenes zu Bacon Nostra. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, habt ihr jetzt nochmal die Möglichkeit dazu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieser Teil hat sich jetzt sehr mit der Produktion und wie wir die Idee gefunden haben beschäftigt. Der zweite Teil wird sich dann mit der Nachbearbeitung, also Ton, Schnitt, Effekten und Ähnlichem beschäftigen. Natürlich besonders Effekten, die ihr kennt uns ja. Wenn ihr noch weitere Fragen zur Produktion habt, dann schreibt uns das gerne. Wenn ihr jetzt bestimmte Fragen zu bestimmten Effekteinstellungen auf dem Film habt, könnt ihr uns das doch auch nochmal schreiben. Dann weiß ich, was ich genauer im zweiten Teil des Behind-the-Scenes beschreiben soll. Ja, und somit wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns zum nächsten Mal! Vielen Dank.